Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft und letzte Folge waren wir hier unten in dieser Höhle gewesen und war nicht relativ groß, wir haben ein bisschen Eisen gefunden, könnten wir gleich mal schmelzen, wir haben uns ein bisschen mit Tieren gekümmert, das könnten wir übrigens in der vierte Folge auch wieder machen. Joa, bisschen Cola mit Kunden, alles mögliche. Allerdings könnte man dann auch mal irgendwann so die nächste Zeit vielleicht an einen Keller denken, beziehungsweise Innenausbau, ist ja auch noch so eine Sache. Genau, ich wollte mir ein paar Gemilte machen, um das Haus zu verschönern. Oh. Back. Back. So. Das ist schon. Okay. Und jetzt wird von der anderen Mal was. Eier holen. Okay, da sind wir. So. Perfekt. Ich stampe mit euch nur ein paar Sticks und dann läuft das ganze schon. So. Sack. Das ist gar nicht formell. Eine Rolle und Sticks drumrum. Jo. So. 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 wenn es jetzt nicht klappt. Zwinge ich das ja quasi dazu. Ja doch, ich mach vielleicht einen in Rot und einen in Blau hin. Alpha und Omega sind der Art. Krass. Gut. Dann. Räuchten wir noch einen Baden-Teppich oder so. Das sind hier Ende-Männer. Männer. Dann. Da. Ja, 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 ja. Das ist ja schön. Die Schafe, die könnten mal wieder Wolle bekommen. Dann scheint da mal das seine Zeit. Da ist noch ein Graeber. So, komm. Und zack. Sehr schön. So. Wir könnten aber vielleicht mal einen Bootstück bauen. So da hinten. Weil ich jetzt grad nicht ganz so viel zu tun habe, soll ich jetzt mal... Weiß grad ehrlich gesagt gar nicht so, was ich machen soll. So. Zack. Zack. Vorher mache ich mir noch eine Stacke aus Eisen. Zack. Oh. So. So. Ja. Perfekt. Oh. Hast du einen Gatter wollte ich noch machen. So. 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 Ich bin der Zaun. Ne. Äh. Ja. Oh. Attach. Jo. Post. Ja. Ja, schön. Oh. Okay. Oh. das noch und 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 Perfekt. Sehr schön, dann haben wir jetzt hier einen Steg. So. 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 Und das hier auch noch ab. Komm. So. Perfekt. Damit schon mal einen kleinen Bootsanleger auf jeden Fall. Wir schießen, dass da auch nichts reinkommt. So. Und dann machen wir uns mal ein Bötchen. So. Ich mach erst mal ein paar Stufen damit. Und hier noch mal ein Stack davon. Und ein paar Stufen davon. So. 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 Da eins hin. Das kommt jetzt nur noch da. Perfekt. Passt. So. Zack. So. Dann kann man hier ein Boot reinsetzen. Da auch. Da kann man hier noch mal so ein bisschen den Sand weg machen. So. So. Perfekt. So. 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 Sehr schön. Dann könnte man noch britisch das hier erweitern. Brauchen wir jetzt noch gar nicht. Ich weiß nicht reichen. Drei Bootsanleger. Oder machen wir es nochmal ganz breiter. Ach komm. So. So. Und zack. So. Dann haben wir jetzt hier drei Bootsanlegmöglichkeiten. So. Dann haben wir jetzt hier drei Bootsanlegmöglichkeiten. So. Dann machen wir vielleicht hier nochmal so einen kleinen Weg. So. So. Spitzer genug. Natürlich nicht. Ich hoffe da kommt jetzt nicht mehr Sandsteine. eine. Oder zwei. So. 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 Das ist perfekt. Würde ich jetzt mal sagen. Dann könnten wir am Ende. So. 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 Das wird dann mit dem Zaun abgestürzt. Haben wir noch Zaun dabei. Einen. Ja. Dann müssen wir noch neun machen. Aber das klappt dann. So. So. Dann machen wir noch Sticks. Zack. 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 Schlafen. Dann schlafen ich zuerst und dann baue ich weiter. Ich baue eigentlich gerne Minecraft. Da kann man so ein bisschen labern. Und ein bisschen bauen. Und ich mache es eigentlich ganz gerne. So. Unser Bild sieht schon ziemlich hammer aus. Oder? Also ich finde das Titel. Das sieht ziemlich hammer aus. Ich mache direkt eine Screenshot. So. Und die Folge ist auch gleich vorbei. Beziehungsweise ist glaube ich schon vorbei. So. Aber ich glaube das. Das mache ich jetzt noch. Das sind zwei. Zwei. Mist. Alles blöd. Wie mache ich das? Wie mache ich das bloß? Ich mache dann hier so Stützen rein. Ja. Ich mache das einfach mal hier so. Damit es wenigstens ein bisschen realistischer aussieht. Oh. Auch unbedingt meine Spitzhacke. Ah stimmt. Ich glaube die Spitzhacke. Die ist kaputt gegangen beim Farmen. Richtig. Hm. Oh. So. Gut. Dann füllen wir das jetzt auf. Treiben die Boote. Achter. Da ist es geschwommen. Deswegen treibt es ab. Das Boot. Okay. Ich habe schon gedacht. Seit wann treiben die Boote in Minecraft ab? Aber. Gehen wir auch nicht so. Oh. Perfekt. So. Schön. So. Ein bisschen rumknälen. Juhu. Mal die Insel erkunden. So. Oh. Mal die Insel erkunden. Zwei Stück sogar. So. Toll. Ich hab da rein. Hat sich ja voll gelohnt. Und. Ja. Wie schon gesagt. das wärs dann von dieser Folge gewesen. Lasst einen Daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann bald schon wieder. Also bis in der nächsten Folge von Minecraft und bis dahin, ciao!